Komm her, schaff dich. Ey, entspann dich, entspann dich. Okay, okay. Ich bin auch gleich tot. Jetzt kannst du uns dreh dich endlich. Digga, was für 10 Punkte? Die kannst du irgendwo hinten sonst hinstecken, Digga. Das waren nicht mal 10 Punkte. Das waren... Digga, was ist denn mit dir falsch gelaufen, Digga? Am besten in den Marsch. Yo, was geht ab und übrigens am Start. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir eine Challenge in Random News machen. Wir müssen jeden 10 Sekunden ein Emote machen. Und ich bin richtig gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. Wir haben nämlich zu unterschiedlichen Situationen passende Emotes. Und ich muss die halt jede 10 Sekunden machen. Ich werde mir hier gleich einen Timer aufstellen. Den werdet ihr auch gleich im Game sehen. Und oh my god, es wird sehr geil. Deswegen bleibt unbedingt dran. Bis gleich. Like das Lama, sonst gibt's Karma. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der Runde. Und ich habe jetzt meinen Timer gestartet. Jede 10 Sekunden wird jetzt ein Emote gemacht. Und wir haben hier schon vier random Squat-Spieler. Mal gucken, wer das alles ist. Jo, jo. Hello? Hello. Eva, you girl. Are you girl? Yes. Okay, nice. Deutsch, bist du deutsch? Ja. Jo, ich bin auch deutsch. Ja, Ehre, Ehre. Ich auch. Ja, sehr schön, sehr schön. Lass mal da hinten landen, okay? Okay. Okay, Freunde, die wissen natürlich nichts von meiner Challenge. Die werde ich natürlich verraten. Und mal gucken, wie die darauf reagieren. Ey, äh, bist du, hä? Eva, äh, ist dein Freund Adam, oder was ist das für Lama? Ah. Ich werde ich sie erst gefragt, aber negativ. Negativ, ah, okay. Computer sagt nein. Ich glaube, da hinten war ein Lama, also da auf dem Berg irgendwo. Ach, den Lama brauchen wir nicht. Kommt mal hier, landen wir mal zusammen. Und lass mal hier einen epischen Sieg holen, okay? Ja. Warte, ich komme hoch. Okay, jetzt muss ich einen Emot machen. Okay, let's go. Oh, wieder einen Emot. Okay, okay. Es werden jetzt immer random Emots erscheinen. Hä? Wie, was für tanzen? Ich glaube, die hat so ein bisschen bemerkt, dass hier irgendwas faul ist. Aber ich hoffe, das fällt kein Weiteren mehr auf. Und wir schaffen einen epischen Sieg. Ey. Moin. Weil du gerade getanzt hast. Hä? Soll ich mittanzen? Hä, was für tanzen? Ich habe doch gar nicht getanzt. Was willst denn du? Du hast doch eben offensichtlich getanzt, Junge. Hä? Ja, klar. Egal, du tanzt. Nein, 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 ich tanze nicht. Irgendwas ist mit deinen Augen los. Komm, lass uns jetzt mal die Challenge machen, okay? Also, ich meine, epischen Sieg. Okay, Freunde, fast habe ich mich verraten. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, was ich sage. Also, Leute, meine Brülle ging in einen anderen Ort. Ich bin ein bisschen weiter weg gewesen. Erzählt mal, seid ihr gerne lost? Oder warum habt ihr so einen komischen Namen? Also, ja, ich... Digga, was tanzt du denn? Konzentrier dich doch mal. Straf dich. Junge, wenn du noch einmal diesen Gitarren-Emote machst, Digga, dann singe ich einfach mit. So ein Ding ist das. Vielleicht sind die meine Freunde in deinem Spaß. Ich musste den Emote machen. Jetzt holen wir erst mal hier die Bots. Will er mit dir befreundet sein, oder was? Nein, hä? Was für befreundet, ich möchte mit euch befreundet sein. Kennt ihr Nosekins? Ja. Ja, ich bin Nosekins. Wie steht hier so zu Nosekins? Ganz kritische Sache. Also, nett bestimmt, aber können manchmal im Game abfacken, wenn man sich mit denen anfreunden will. Naja, dann zücken die auf einmal eine Waffe und geben einem Headshot, wenn man den zum Beispiel sich mit denen anfreunden will. Achso. Solange ich nicht heiße, Denex ist lost, so wie Eva ist lost, ist doch alles in Ordnung. Einigkeit und Rechnung frei. Weißt du, was ist los mit hier? Wie kann man so schlecht singen? Nein, ich singe mit Absicht so, damit er merkt, wie bescheuert er sich gerade mit seinem Mote. Ich weiß. Oh, okay, okay, jetzt wurde das hier random ausgewählt. Ich gebe den ganzen einfach mal 8 Punkte. Mal gucken, vielleicht kommt jetzt eine andere Punktzahl. Was ist das denn, Digger? Warum nur 5 Punkte? Das waren noch locker 10. Hä, 5 sind doch voll gut. Also das, was du geleistet hast. Hä, aber ich wollte euch gar nicht eben gerade... Äh, ich wollte gerade euch nicht irgendwie bewerten oder so. Äh, aber du hast doch gerade die Mote gemacht, hä? Schon wieder. Du machst doch gerade die ganze Zeit die Mote, hä? Null Punkte, null Punkte, null Punkte. Sag mal, bist du nur so oder tust du? Äh, ich bin und tu so. Also, dann würde ich mir an deiner Stelle erstmal ärztliche Hilfe suchen. Digger, was ist denn mit dir? Hä, was ist denn los, Freunde, hä? Digger, ich kann nicht mit so einem spielen, der sich so, was die ganze Zeit macht, Digger, was komm her, schaff dich. Entspann dich, entspannt dich, Rafa, ähm, sonst vergesse ich mich, äh, ich vergesse mich halt mal. Dann ist ein Gegner. Ja, ja, let's go, let's go, let's go. Digger, wenn du jetzt beim Fight entanzst, Digger, dann raste ich mega aus, Digger. Du sollst dich ernsthaft konzentrieren, wir wollen die Scheiße jetzt hier gewinnen. Hoffentlich hat er das gerade nicht gesehen. Oh mein Gott. Ey, der geht ja schon richtig ab. Ich hab jetzt keine Metz mehr. Mensch, Block, käme nicht dran. Ich hab keine Metz. Ich hab keine Metz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn mit dir, Digger? Bist du einfach eine... Hey, 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 hey. Was ist denn los mit euch, Jungs? Darauf kriegt ihr jetzt drei Punkte. Ich geb dir gleich mal drei Punkte. Jetzt kannst du dich endlich mal. Okay, okay, ich bin auch gleich tot. Jetzt kannst du dich endlich. Anne. Ja, ich konzentriere mich denn schon. Ich bin tot. Ich hab einen Knock. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich hab auch einen Knock, Knock. Was ist denn Knock, Knock? Ich hab einen Oskin gekillt. Knock, 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 Knock. Ich hab einen Oskin. Hör jetzt auf zu tanzen. Es geht mir auf die Nerven. Haben wir so sanken, ne? Wo wussten denn die Gegner? Ich, ihr Freunde, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit diese Emots machen muss. Ja, dann hör auf mit denen. Ey, hast du ein Problem mit meinen Oskin tanzt oder was? Hast du ein Problem mit meinen Oskin tanzt? Kann ich das haben? Würde ich das gerne? Ja, 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 ja. Vielleicht denken die jetzt, ich bin mit der Freude. Was ist denn? Okay, du hast getanzt, weil du gewonnen hast. Ja, okay, das kann man noch mal vollziehen. Aber egal, das andere reicht mir jetzt einfach schon. Ich hab gar nichts gemacht, Freunde, aber er ist voll sympathisch irgendwie. Ey, greif, Heik, da, äh, was ist das? Hat einer Minis. Ey, danke auf jeden Fall für die Waffen. Äh, sind wir beste Freunde jetzt oder so? Ah, Digger. Ja, sind wir beste Freunde jetzt? Nochmal sorry, dass ich vorhin so toxic war. Das war schon mal wieder komplett. Hä, hä, okay, äh, ich weiß gar nicht, was ich darauf anbauen soll. Jetzt sind die erst mal böse gewesen, jetzt sind sie wieder lieb, hä? Äh, nur weil ich ganze E-Mode-E-Modes mache? Warte, ich bringe dir noch mit, warte. Ah, du bist schon da, sorry. Ja. Okay, jetzt tue ich so, als würde ich mich entschuldigen. Wenn noch jemand ein Jetpack? Ja, gib mir bitte ein Jetpack, okay? Ja, was ist denn mit dir? Was ist mit dir? Das war der falsche E-Mode, oh mein Gott. Ey, ey, entspann dich. Entspann dich, folg der Sonne, okay? Ich gebe dir das Jetpack und du, würde ich das nicht? Nein, 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 Freunde. Entspannt euch, ich habe so eine kleine Macke, dass ich jede 10 Sekunden das machen muss. Ja, das merke ich schon, dass du eine Macke hast. Das ist nicht mit Absicht, okay? Ja, ich merke schon, dass du eine Macke hast. Ey, beruhige dich, ey, die Munition braucht ihr noch, ja? Und was soll, ey, was war das denn? also bist du dein stein an hallo ja ja ich habe gerade mit dem user dance an gebetet damit das vielleicht auch ein user wird dann sieht der stein vielleicht so aus wie du hat sie den gecheckt hat sie den geschickt auf dich ich glaube wenn ich auto das dinge sehen er den emote nicht zu machen extra haben sie mir wahrscheinlich gestellt warte doch mal auf die andere ach so ja okay ich komme schon was machst du wir wollen nur gewinnen okay ja indem man sie weg rechtsgegner aber ein minus 110 gute musik zu gut gefällt egal jetzt hör auf zu tanzen ich weiß schon was du weißt bei dir gleich passiert so ein knecht passiert denn ja du stirbst gleich wenn du die ganze zeit weiter ich helfe den gegnern dass du stirbst sag ich dir so wie es ist ich sterbe schon nicht ich habe schon alles in geworfen ich sie durch okay freunde die challenge ist richtig hart ich merke das gerade ich kann mich kaum konzentrieren ohne ganz hätten emos machen komm jetzt ist sie wegen dir tot genau und noch ein minus 110 alles wegen hier erst noch dass man schaut und das haben schon gut acht punkte für diesen geilen ich komme ich komme der box solo ich bin ich der einzige ja der in der box dafür was für zehn punkte die kannst du irgendwo und sonst stecken die ja das war nicht mal zehn punkte das war das ist ja mit dir falsch gelaufen am besten einmal gescheit spiel digga ist das denn zu viel verlangt digga okay jetzt sind wir in einer erneuten runde und jetzt haben wir irgendwie so ein reis typen reis 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 hat die reis für mich okay trotzdem muss ich weiter die challenge machen freunde okay jetzt kommt wieder die zehnte sekunde wieso tanzt du kannst doch gar nicht habt ihr das haben wir müssen mal eure ohren waschen vielleicht geht das denn besser wieso kannst du immer herr nein ich kann es doch gar nicht was mal eure haare dann seht ihr das besser ich habe euch eben gerade neun punkte gegeben dafür dass ihr so cooles skins habt okay okay freunde das wird wieder so wünsche ich mal beruhigt euch mal ja was denn ich möchte auch die polizei ich hätte nicht gewusst dass das sie so heftig trägert was ist denn los hier in diesen runden heutzutage okay wir müssen jetzt eine waffe suchen okay jetzt kannst du aufhören im fight zu tanzen okay das war echt schlechtes timing egal freunde es war eine richtig geile runde und ich finde man sagen bis zum nächsten mal euer dennix haut rein und das like da okay Vielen Dank.